So, weiter geht es jetzt hier mit dem zweiten Teil zur Serie jQuery Mobile. Also das heißt, wir erstellen eine mobile Webseite mit jQuery Mobile. Ihr habt ja im letzten Video schon so ein bisschen gesehen, beziehungsweise ein bisschen ist gut. Ich habe euch eine halbe Stunde die Ohren abgekaut zu diesem Thema. Bevor ich jetzt aber letztendlich einsteige, eine ganz kurze Sache vielleicht vorweg, weil ich mich auch mit einem Partner, beziehungsweise Bekannten über das Thema unterhalten habe und der hat mich gefragt, ja wieso denn jetzt eigentlich jQuery Mobile? Weil warum machst du nicht einfach so ein responsive Design? Und der Hintergrund für mich ist dabei ganz einfach, das habe ich auch im ersten Video, glaube ich, schon einmal deutlich gemacht, bei jQuery Mobile ist es so, dass das Ganze tatsächlich, wie gesagt, schon komplett auf den Use mit dem Finger angepasst ist. Das heißt also, diese ganzen Buttons sind auf die Benutzung mit dem Finger abgestimmt. Und zudem ist halt eben auch ganz cool, wir haben eben diese typischen App-Effekte, wie zum Beispiel, dass das so rüberslidet oder sich so dreht oder wie auch immer. Das sind halt alles Sachen, die man natürlich mit HTML5 und CSS3 so auch umsetzen kann. Tatsächlich ist es aber so, dass wir in jQuery Mobile schon diese komplette Bibliothek im Hintergrund haben, dieses komplette Framework, das uns in diesem Fall die ganze Arbeit abnimmt. Das heißt also, wir brauchen hier nicht mehr selber programmieren, wie dieses Page Turn oder Slide funktionieren soll. Das ist einfach schon da und wir können es durch einen einfachen Aufruf direkt in unsere Seite integrieren und müssen dafür jetzt noch nicht mal wirklich Ahnung haben vom Hintergrund, der da eigentlich passiert. Natürlich wäre das ganz hilfreich, aber das ist nicht zwingend erforderlich. Das als kleines Vorwort. Es soll jetzt auch direkt losgehen. Und in diesem zweiten Teil möchte ich euch heute den Grundaufbau, also erstmal die Grundlagen zeigen. Im ersten Teil habe ich euch erstmal soweit eingeführt, was ist das Ganze überhaupt. Und in diesem zweiten Teil möchte ich euch jetzt erstmal mit der ganzen Grundlage vertraut machen. Dafür habe ich hier schon mal so eine kleine Datei vorbereitet und das ist jetzt tatsächlich das, was ihr hier seht, der grundlegende Aufbau. Das ist erstmal schon mal eine jQuery Mobile Seite und wenn wir uns die jetzt im Browser angucken, sieht das erstmal nach absolut rein gar nichts aus. Das heißt, ihr seht ja schon, okay, wir haben jetzt nicht mehr einen normalen weißen Hintergrund, sondern wir haben hier tatsächlich schon einen Mobile Hintergrund. Der wird uns schon so direkt ausgeliefert, aber sonst seht ihr hier erstmal sonst noch gar nichts. Jetzt gucken wir uns das Ganze an. Aufgebaut ist dieses Framework komplett in HTML5 und auch mit CSS3. Das heißt also auch der Dokumentenkopf ist hier wieder ganz normal der Doctype HTML. Wir haben, wie ihr das wahrscheinlich aus meinem HTML5 Tutorial schon kennt, dann einen ganz, einen komplett einfachen Aufbau einer HTML-Seite. Wir öffnen also quasi unser HTML-Dokument mit einem schließenden und einem öffnenden HTML-Tag. Darin befindet sich dann ganz normal der Seitenhead, den ihr hier findet. Ich mache das mal eben soweit fertig. Das heißt, hier haben wir unseren Seitenkopf und dann haben wir hier im Body-Bereich tatsächlich die Inhalte. Das heißt also, wer mein HTML5 Tutorial angeschaut hat, wird also hier ganz klar wieder ansetzen können. Ich will jetzt auch im Einzelnen nicht mehr auf diese Tags eingehen. Dafür, wie gesagt, ist die andere Tutorial-Serie wichtig. Wir wollen uns heute tatsächlich nur mit dem reinen jQuery Mobile beschäftigen. Eine Sache gibt es dazu zu sagen. Ich habe das vorhin mal selbst ausprobiert. Auch wenn das Ganze hier auf HTML5 basiert, so ist es doch teilweise so, dass die Tags wie zum Beispiel Header, wenn wir jetzt hier einfach mal so einen Header-Tag reinsetzen, dass die von jQuery Mobile zwei erkannt werden oder beziehungsweise im Endeffekt vom Browser, weil tatsächlich wird das Ganze ja von einem Browser gerendert. Das heißt, der erkennt diese Header-Bereiche hier, der formatiert die aber nicht richtig. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass in dieser CSS-Datei hier oben dann nicht die Angaben für den Header gemacht worden sind, sondern in diesem Fall tatsächlich hauptsächlich Diff-Konstrukte dann behandelt werden. Das heißt also, wenn ihr wirklich mit den neuen Tags arbeiten wollt, wie zum Beispiel Header oder Nav oder Aside oder wie auch immer, dann ist dafür auch nochmal eine Anpassung der jQuery Mobile eigenen CSS-Datei definitiv erforderlich. Das nur kurz als kurze Anmerkung. Bleiben wir jetzt erstmal dabei. Wir haben hier oben also unseren Title. Wir haben also das ganz normal, wie man es aus HTML auch kennt, unseren Seitentitel. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt wird es hier nämlich interessant. Eine der wichtigsten Sachen, die wir in einer Mobile-Seite brauchen, in diesem jQuery-Mobile-Konstrukt, ist der Meta-Name-Viewport. Das heißt also, wir sagen hier dem Viewport, dass er nicht mehr skaliert werden darf. Das heißt also, über diesen Aufruf sorgen wir dafür, dass bei Smartphones und zum Beispiel auf einem Tablet dann verhindert wird, dass der User das Ganze kleiner machen kann, beziehungsweise dass der Browser das Ganze verkleinert. Also das heißt also, diese berühmt-berüchtigte Fingersteuerung, das Ein- und Auszoomen, ist über dieses Initial-Scale dann verboten. Das heißt also, im Endeffekt wird die Seite immer diese Größe beibehalten. Das heißt, ihr könnt nicht rein- oder rauszoomen. Das ist für so eine jQuery-Mobile-Seite essentiell, weil ohne das wird das Ganze nicht mehr so wirklich funktionieren. Ihr müsst also zwingend diesen Bereich im Meta-Name-Viewport so reinsetzen. So, und dieses Meta-Tag hier, dieses Meta-Tag-Viewport kommt natürlich auch aus HTML, hat allerdings noch nicht bei allen Browsern, also bei allen ganz normalen Desktop-Browsern, wirklich seine Anwendung gefunden. Also das heißt, ich glaube, im Internet Explorer oder so funktioniert es manchmal nicht so richtig. Aber worauf ihr euch verlassen könnt, der Viewport-Tag funktioniert auf jeden Fall bei allen Browsern. und der kam auch tatsächlich daher, dass man so über diese Möglichkeit dann die Skalierung oder auch die Breite des Viewportes dann gezielt festlegen konnte. Das heißt also, wir konnten über diesen Meta-Tag oder wir können über diesen Meta-Tag dann festlegen, eben, dass nicht mehr skaliert werden darf oder wir könnten zum Beispiel auch die Bildschirmbreite oder hier diese Anzeigebreite, die Vice-Bright-Width, können wir dann quasi festlegen. Wir könnten hier zum Beispiel dann eine feste Breite festlegen, sodass dies im Browser angezeigt wird. Wie gesagt, in diesem Fall halt wichtig ist für uns, dass wir hier Initial Scale auf 1 setzen. Dadurch verhindern wir, dass der User die Möglichkeit hat, eben die Seite zu verkleinern. Jetzt kommen drei weitere essentielle Sachen, die gehören auch zu jeder jQuery-Mobile-Seite mit dazu. Da fangen wir hier erstmal einmal ganz in der Mitte an. Und da haben wir hier an dieser Stelle den Verweis jetzt auf jQuery-Mobile 1.6.4. Da bin ich jetzt aber meiner Zeit schon wieder hinterher. Ich sehe gerade, ich habe mir da was aus einem falschen Dokument reinkopiert, weil tatsächlich sollten wir natürlich nicht den 1.6.4 benutzen, sondern hier sollte es sein die 1.8.2. Dazu vielleicht auch wieder ein kurzes Wort. Das habe ich im ersten Teil auch schon gesagt. jQuery ist eine Art JavaScript-Bibliothek. Das heißt also, hier sind dann schon vorgefertigte Sachen drin. Wie kann man es am einfachsten erklären? Also zum Beispiel, wenn man jetzt einen Container hin und her fahren lassen möchte, dann geschieht das ja, dass über die Zeit der Container von links nach rechts geschoben wird, also oder fährt. Normalerweise ist dafür ja eine Berechnung notwendig. Das heißt, dann wird ja über die Zeit gerechnet, wie viele Pixel ist er von hier nach da gefahren. Das heißt also, normalerweise müsste man das Ganze tatsächlich dann von Hand in JavaScript coden und braucht dann dafür natürlich auch Programmiererfahrung in JavaScript. Bei jQuery ist es so, dass wir natürlich auch da eine grundlegende Ahnung vom Programmieren haben müssten, aber tatsächlich ist es so, dass wir dann hier über den Aufruf Slide, wenn wir zum Beispiel einfaches Slide setzen würden, dann dafür sorgen könnten, dass ein Container von links nach rechts slidet oder eben wieder zurück. Wir müssen uns also in diesem Fall nicht mehr mit den mathematischen Grundlagen oder mit den programmiertechnischen Grundlagen beschäftigen, sondern uns reicht tatsächlich der Aufruf dieser jQuery-Bibliothek und halt eben der Funktion Slide, die dann schon für uns vorgefertigt ist. Wenn wir uns das Ganze jetzt einmal anschauen, ich habe das mal eben hier auch vorbereitet, ich klicke da mal eben drauf, dann sehen wir hier schon, das habe ich euch im ersten Video auch gezeigt, dann einmal diese komplette Bibliothek. Also in der ist hier wirklich alles drin. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir hier dann Slide down, seht ihr genau, wenn wir hier Slide down, Slide up, das heißt, wir haben hier dann die verschiedenen Sachen, die dann alle schon fertig, diese Animationen sind schon komplett für uns geschrieben und wir brauchen an dieser Stelle nichts mehr machen, außer tatsächlich hinter diesen Aufruf zu nutzen, um ein Downsliden oder ein Hochsliden eben zu erreichen. Das heißt also, diese jQuery 1.8.2 oder diese jQuery-Bibliothek im Allgemeinen ist ein grundlegender Bestandteil von einer Mobile-Seite mit jQuery-Mobile oder die wird es nicht funktionieren. In diesem Fall reicht es aber tatsächlich mir, ihr müsst also nicht wieder wissen, was da drin steht, sondern nur wissen, wie ihr das referenziert. In diesem Fall also einfach diese JavaScript-Datei mit in euer Dokument einbinden. Genau das Gleiche gilt dann eben für die Bibliothek von jQuery-Mobile. Das ist im Großen und Ganzen also auch wieder eine Datei, in der jede Menge Zeug drinsteht. In diesem Fall also haben wir hier dann die verschiedenen Tasten, die dann angesprochen werden können und wir haben hier halt eben auch das Große und Ganze beschreiben. Ihr seht schon, hier wird das Ganze immer auf Div-Container aufgebaut und so weiter und so fort. Also auch diese Datei ist für euch essentiell, aber keine Angst, ihr müsst da drin nicht wirklich was machen. Ihr seht schon, also da wäre das schwierig, den Überblick zu behalten. Ihr müsst hier tatsächlich aber nicht rein. Ihr müsst also hier nichts großartig machen. Ihr seht schon zum Beispiel hier Roll Header. Das sind also die verschiedenen Data-Rolls, die dann da vergeben sind und dann kann hier, wird über Dis-Options-Transition dann die Animation mit festgelegt und so weiter und so fort. Wie gesagt, hier müsst ihr nichts machen. Das ist das Tolle an der ganzen Geschichte und eben auch der Grund, warum ich auf jQuery-Mobile eingehe. Das Ganze ist für uns hier schon fertig gemacht und so kann auch ein Anfänger relativ einfach eine wirklich ansprechende, mobile Seite erstellen. Die letzte Datei, die eingebunden werden muss, ist die dazugehörige CSS-Datei. Die ist auch wirklich essentiell. In dieser CSS-Datei sind nämlich dann Sachen drin, wie das Aussehen der verschiedenen Buttons und so weiter und so fort. Das heißt, ihr seht hier schon die verschiedenen Farben und um euch das nochmal etwas näher zu bringen, hol ich mir mal eben den Seam-Roller rein. So, wir brauchen einen kleinen Moment. So, ihr seht jetzt schon hier... Ups, nee, den wollte ich aber eigentlich gar nicht. Einen Moment. Einen Moment. Ach, jetzt bin ich ja auch im jQuery-Scene-Bore-Roller. Da wollte ich überhaupt gar nicht hin. Einen Moment. Ich versuche schon extra, übrigens leise zu tippen, aber es kann sein, dass euch das vielleicht immer noch zu laut ist. Aber ich habe das Mikrofon halt eben direkt neben meiner Tastatur stehen. So, er lädt jetzt hier. So, alles klar, hier sind wir im Theme Roller und das jetzt eben ganz kurz vielleicht zu den verschiedenen Themes bzw. Templates. Ihr habt hier die Möglichkeit von A bis H gibt es verschiedene Templates, die ihr euch auch alle selbst erstellen könnt und dann kommen wir auch wieder zurück da zu dieser CSS Datei. Diese ganzen Anweisungen, die hier gemacht werden eben, also wie zum Beispiel dieser Kopf hier oben aussieht, wenn wir uns den mal eben ein bisschen anpassen, das findet sich hinterher alles in dieser entsprechenden CSS Datei. Also da sind diese Verläufe drin, das ist also alles basierend auf CSS3. Ihr findet das alles in dieser CSS Datei, weswegen eben diese auch essentiell ist für unsere Gestaltung. Jetzt ist natürlich die Sache, das habe ich im ersten Video auch schon gesagt, diese drei Sachen gehören auf jeden Fall dazu und ihr seht schon hier in meinem Code, ich referenziere jetzt hier jeweils auf die Seite code.jquery.com slash mobile. Also heißt in diesem Fall greife ich auf den Server von jQuery zu. Das ist im Großen und Ganzen schon mal gar nicht so schlecht. Man kann also hierbei davon ausgehen, dass diese Dateien auch wirklich sauber funktionieren. Ich empfehle aber, das habe ich im ersten Video auch schon gesagt, dass man sich diese Sachen tatsächlich auf seinem eigenen Web-Server hinterlegen sollte, weil so ist man dann halt auch natürlich autark. Das heißt also, wenn da wirklich auf der jQuery-Seite was geändert wird, wenn sich das Skript in irgendeiner Art und Weise ändert, wenn aus irgendeinem Grund die jQuery-Mobile-Seite gerade mal nicht zu erreichen ist oder es kann ja auch sein, dass das Ding vielleicht irgendwann gar nicht mehr da ist. Man weiß es ja nicht. Und ihr möchtet eure Seite aber trotzdem noch nutzen, dann sind diese Skripte weg und deswegen empfehle ich in diesem Fall, dass ihr tatsächlich hingeht und euch die zugehörigen Dateien herunterladet und die auf eurem eigenen Server dann mit draufladet. Ihr findet das hier auf jQuery-Mobile.com unter Download und könnt jetzt hier dann die verschiedenen Dateien herunterladen. Das heißt also, entweder könnt ihr also hingehen, dass ihr einfach diesen Part hier kopiert, das heißt also in diesem Fall referenziert ihr direkt auf den jQuery-Server oder aber der zweite Weg wäre, ihr ladet euch hier diese ZIP-Datei runter, bekommt dann da alle Grafiken, die dazu gehören, ihr bekommt das zuständige JavaScript und auch die CSS-Datei. Vielleicht ganz kurz noch etwas zu den Grafiken gesagt. Dafür mache ich jetzt nochmal eben den Theme-Roller auf, weil ihr werdet euch jetzt fragen, welche Grafiken denn. Und da habt ihr jetzt in meiner Gestaltung erstmal keine gesehen, aber es gibt sie tatsächlich, denn es gibt hier unter anderem, wenn wir uns das mal angucken, hier oben diesen Home-Button oder diesen kleinen Button hier, diesen Navigations-Button, den man dann anklicken kann, die sind alle schon vorgefertigt und die befinden sich in einer Grafik-Datei, also in einer, es gibt es dann so eine Sprite-Datei, in der sind die dann alle nebeneinander angelegt. Und diese Datei, eben diese Grafiken, bekommt ihr hier auch zum Download. Das heißt also, in diesem Fall würde ich euch empfehlen, wenn ihr da wirklich ernsthaft was mit machen wollt, ladet euch dieses ZIP-Paket runter, packt es alles in die verschiedenen Ordner auf eurem Server, verweist dann natürlich dementsprechend hier in eurem Dokument nicht mehr auf das hier, sondern eben dann auf euren eigenen Server, wo auch immer ihr die JavaScript-Dateien dann hinpackt, bleibt natürlich euch überlassen. Wichtig ist eben, dass ihr diesen Aufbau dann da einhaltet. Das erstmal zum Seitenkopf, das heißt also, hier haben wir dann jetzt schon mal die Grundlagen geschaffen und wenn das drin ist, können wir eigentlich im Endeffekt loslegen. Das heißt also, wir brauchen jetzt hier nicht mehr viel machen, wir können jetzt hier direkt starten. Eine Sache würde ich euch aber zusätzlich noch empfehlen, die möchte ich an dieser Stelle noch anfügen. Ich habe hier in dieser jQuery CSS-Datei nicht großartig rumgefummelt. Das heißt also, die habe ich jetzt bei meiner ersten Testseite tatsächlich genauso gelassen, wie sie ist und das würde ich euch auch empfehlen. Fingert da nicht drin rum, sondern legt euch tatsächlich, wenn ihr nochmal eigene Style-Anweisungen haben wollt. Wenn ihr zum Beispiel irgendwie die Schrift nochmal anders formatiert haben wollt oder irgendwas auf der Seite anders erstellt haben wollt, andere Grafiken, wie auch immer. Dann legt euch dafür am besten nochmal eine eigene CSS-Datei an, weil erstens ist die dann etwas kleiner, das heißt, ihr werdet euch dahinter viel, viel besser drin zurechtfinden. Und dann hat man das Ganze auch sauberer aufgegliedert und kann dann so ein bisschen trennen zwischen den Sachen, die eigentlich standardmäßig zu jQuery gehören oder die ihr dann eben in eurem eigenen Skript mit eingebaut habt. Wir haben also jetzt hier dann uns das Ganze angeguckt. Wir haken den Head an dieser Stelle erstmal ab und schauen uns den Body an und das hatten wir ja gerade schon einmal gemacht. Ich sagte das ja bereits, ihr seht jetzt hier schon, wir haben jetzt hier tatsächlich einmal unsere Seite soweit schon fertig. Das heißt also, wir haben jetzt hier einen Inhalt, auch wenn das Ganze noch nicht besonders schön aussieht. Das liegt natürlich daran, dass wir jetzt hier wirklich nur einfach Inhalt reingeschrieben haben und überhaupt noch keinerlei Struktur in das Ganze gebracht haben. Dazu gibt es jetzt auch noch eine Sache zu erwähnen, man unterscheidet bei jQuery nämlich zwischen zwei verschiedenen Seitentypen, auf die möchte ich dann nochmal zu sprechen kommen. Auf den Mehr- und auf den Einseitentypen, die werde ich euch bald zeigen. Wir gehen jetzt aber an dieser Stelle erstmal zu einem Standardaufbau, den ich hier schon mal vorbereitet habe. Und lasst euch davon jetzt nicht irritieren, ich nehme jetzt hier schon mal so ein bisschen was raus, damit wir ein bisschen sauberer gucken können. So ist das Ganze schon etwas überschaubarer. Und ihr seht schon hier, wir haben einen Container, wir haben hier also ein großes Diff, in dem dann alle unsere anderen Diffs drin liegen. Ihr seht das Ganze schon, wir haben hier die sogenannte Data-Roll-Page. Das heißt also, dieser Diff bekommt die Rolle einer Seite, eben Page halt. Das ist halt dann eben unsere jQuery-Mobile-Seite. Das heißt im Endeffekt ist das, wie soll man sagen, das ist schon fast so eine Art nochmal nachgeschalteter Body für die jQuery-Seiten. Das heißt also, wenn ihr wirklich wollt, dass da eine Seite bei entsteht, müsst ihr da natürlich dann auch die Data-Roll-Page geben. Und ihr könnt dem Ganzen natürlich, wie ihr das aus HTML und CSS eben schon kennt, dann auch noch eine ID mitvergeben. Die ist jetzt hier erstmal relativ sinnfrei, außer gegebenenfalls für Style-Sheet-Anweisungen. Die hat aber sonst erstmal weiter keinen Effekt auf die Funktionalität der Seite. So, dann haben wir als nächstes einen weiteren Diff-Container. Der heißt hier an dieser Stelle, ihr seht das schon, Data-Roll-Header. Ihr seht also, diese Sachen wiederholen sich hier auch. Data-Roll-Page, Data-Roll-Header. Und in diesem Fall ist das dann der Kopf einer jQuery-Mobile-Seite. Das Gute daran ist, dieser Header ist tatsächlich in jQuery-Mobile schon formatiert. Das heißt also, der wird dann auch so erkannt als Header, bekommt dann eben entsprechend auch einen Hintergrundverlauf und so weiter und so fort. Und das Ganze geschieht einfach, indem ihr hier diesem Container-Diff die Data-Roll-Header zuweist. Das heißt also, damit ist automatisch erkannt, dass euer Diff-Container hier der Kopf der jQuery-Seite sein soll. Das gleiche gilt dann eben für den weiteren nachfolgenden Diff, der hier die Data-Roll-Content bekommt. Also das heißt, hier haben wir dann eben unseren Container für den Inhalt. Und abschließend haben wir hier noch einen Footer mit der Data-Roll-Footer. Dem habe ich noch keine ID gegeben. Ist aber auch erstmal egal, das reicht an dieser Stelle so. Und ihr seht schon, hier kommt dann noch was weiteres hinzu. Das habe ich extra mal eingebaut, damit ihr das seht. In diesem Fall die Data-Position-Fixed. Das bedeutet in diesem Fall, dass der Footer immer fest unten, sticky, an unserer Seite festklebt. Ihr seht schon, man kann also diese ganzen Data-Attribute dann hier immer noch weiter erweitern. Das heißt, wir haben dem einerseits nicht nur die Rolle Footer gegeben, sondern haben gleichzeitig noch die Data-Position fixiert. Und ja, gut, das war jetzt eigentlich, jetzt habe ich natürlich, hat sich das jetzt vielleicht falsch angehört? Ich wollte jetzt nicht weiter ausholen. Was ich aber dazu jetzt an dieser Stelle noch direkt eben anfügen kann, ist, nämlich auch nochmal da, nehme ich nochmal Bezug auf den Anfang des Videos. Ich habe ja zu Anfang gesagt, dass das Ganze auf dem Framework basiert. Und das Coole an dieser jQuery-Seite ist eben, dass nahezu alle Smartphones das Ganze so erkennen. Das heißt, sie können das so super aufrufen, also auch nahezu alle mobilen Browser. Und der richtige Clou dabei kommt jetzt eigentlich erst dann zum Tragen, wenn nämlich einer der Browser das Ganze nicht unterstützt. Dann ist das Ganze sogar abwärtskompatibel. Das heißt, über diese JavaScript und die CSS-Anweisungen bekommt der User auf jeden Fall eine funktionierende Seite, die sogar noch nicht immer scheiße aussieht. Das ist nämlich das Geile dabei. Normalerweise, wenn man ja irgendwie dann so Seiten gebastelt hat, die abwärtskompatibel sein sollten, es aber unter Umständen nicht sind. Zum Beispiel, wenn jetzt mal einer eine Seite für Internet Explorer 9 gebastelt hat und schaut sich die im 6er an, kriegt das kalte Kotzen. Weil dann sieht natürlich nichts mehr so aus, wie man sich das Ganze mal gedacht hat. Und die Seite ist dann im Endeffekt kaum noch nutzbar. Das ist eben das Geile bei jQuery Mobile. Wenn ihr eben einen Browser habt, der diese ganzen Transitions, also diese Flip und Turn und Slide und was weiß ich was für Effekte, wenn der Browser die nicht kann, dann kann eure Seite aber trotzdem noch ganz normal genutzt werden. Und die sieht auch wirklich dabei noch gut aus. Das ist eben das Coole dabei. Jetzt bin ich da nochmal kurz abgekommen, fand ich aber wichtig, fiel mir jetzt gerade nebenbei im Verhaspeln so ein, dass ich euch das eben noch mit dazu sagen wollte. Wir haben jetzt aber das eben zusammengebaut und wollen uns jetzt auch mal anschauen, was denn da raus geworden ist. Und ihr seht schon, ich ziehe das mal rüber. Wir haben hier unseren Header, wir haben unseren Footer und wir haben hier auch eben unseren Content-Bereich. Bevor ich jetzt weitergehe und das Ganze fülle, möchte ich euch jetzt eben das nochmal zeigen mit den verschiedenen Templates. Wir haben ja gerade in diesem Theme-Roller gesehen, es gibt Templates, in diesem Fall waren es A bis C, aber wir haben hier Positionen von A bis H. Das heißt, wir können insgesamt sechs oder sieben verschiedene Vorlagen dahinter legen. Das heißt also, wir können das Ganze hier nach gut dünken in dem... Wo haben wir es? Jetzt habe ich den Theme-Roller schon wieder weggemacht. Einen Moment, ich gebe es nochmal eben ein. Wir können also hier in diesem schönen Theme-Roller uns dann eigene Sachen anpassen. Also wir haben wir von A bis C. Wir können aber hier noch einen weiteren hinzufügen, D. Und das Ganze geht bis H. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt noch nicht getestet, weil ich noch nicht so viele verschiedene Templates brauchte. Aber mich würde nicht wundern, wenn man das Ganze auch bis IJ, KL, MN, OP, QR und so weiter fortführen könnte. In diesem Fall natürlich gleichbedeutend damit, dass ihr eben dann dafür auch entsprechende Styles hinterlegt. Dazu aber eben eine Sache, ich weiß wie gesagt nicht genau, also ich weiß sicher von A bis H geht es definitiv. Und ich gehe auch davon aus, keiner von euch braucht mehr. Ich mache mich aber gerne nochmal schlau und schaue da mal nach. Das habe ich bisher jetzt für dieses Video-Tutorial vergessen. Und ich möchte meine Zeit natürlich jetzt auch nicht mit Googlen verschwenden. So, wie gesagt, wir haben hier jetzt in diesem Fall unsere verschiedenen Seams. Und da gibt es eben Standard-Seams. Und die gucken wir uns jetzt eben auch nochmal an. Auch wenn ihr jetzt denkt, warum springt der so wild hin und her. Das ist in meinen Augen aber tatsächlich wichtig. Dafür gucken wir nochmal eben in diese Codeca-App. Ziehen jetzt hier einfach mal so einen Header nochmal rein. Und sehen jetzt hier schon die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. F bis H seht ihr schon, sind extra. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, haben wir bei B so ein Blau oder ein Grau, Light Grey oder eben hier Default. Das heißt also, wenn wir nichts angeben, springt der immer auf dieses Default zurück. Und wir können natürlich jetzt hier eins der verschiedenen Styles dann mit nutzen. Und das ist, worauf ich nämlich jetzt eigentlich hinaus wollte. Und das macht man nämlich ganz einfach dann über einen Aufruf. So, und dieser Aufruf ist im Endeffekt ganz genau so gehalten, wie alle diese anderen Aufrufe bzw. Attribute, die ihr hier schon gesehen habt. Wir hängen also einfach hier nochmal dran, Data-Seam. Wir nennen das Ganze jetzt mal eben A. Wir wollen also den von A aufrufen, gucken uns das mal eben an. Und sehen schon, es hat funktioniert. Wir haben jetzt hier diesen Light Grey. Okay, wir können jetzt hier mal eben auch mal B draus machen und gucken uns das mal an. Was wird dann da draus? Wie sieht das ganz aus? Ah, ihr seht schon, wir haben jetzt hier einen blauen Header. Das Coole dabei ist, wir können jetzt hier wirklich jedem Button und jedem Inhaltsbereich, also quasi jedem dieser einzelnen Div-Container, hier ein eigenes Seam zuweisen. Wir könnten jetzt zum Beispiel auch hingehen, wir haben jetzt tatsächlich nur dem Header das Seam zugewiesen. Wir könnten jetzt aber auch hingehen und sagen, wir weisen eben der kompletten Seite das B-Thema zu. Das hätte dann eben zur Folge, dass jetzt an dieser Stelle dann alle Buttons mit diesem B-Style formatiert werden und eben auch entsprechend der Hintergrund. Der Hintergrund, den wir jetzt gerade sehen, ist noch der Default-Hintergrund. Ach, okay, man sollte natürlich das Ganze auch richtig schreiben. Dann funktioniert es auch. Das heißt, ich habe ja wahrscheinlich noch irgendwas falsch gemacht oder ich muss jetzt gerade mal schauen, einen Moment. Also ich habe euch gerade Scheiße erzählt, Entschuldigung. Ich habe jetzt gerade nochmal eben selber nachschauen müssen. Das habe ich nämlich ehrlich gesagt, habe ich diese verschiedenen Themen bisher noch gar nicht so oft benutzt. Tatsächlich ist es so, dass ihr also nicht dieser kompletten Seite das Thema zuweisen könnt, sondern ihr müsst das Thema eben immer den verschiedenen Diffs in dieser Seite zuweisen. Also das heißt, ihr weist ein Thema eben dem Header, dem Content oder meinetwegen dann auch dem Footer oder den verschiedenen Buttons zu. Warum man das Ganze jetzt nicht direkt auf dieser Ebene machen kann, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht ganz genau. Ich habe soweit jetzt noch nicht reingeschaut. Ich vermute, dass es über die Anweisungen in CSS dann ist, weil wir ja hier tatsächlich verschiedene Anweisungen haben, die formatiert werden. Und vermutlich ist es so, dass er dann wirklich nur auf die verschiedenen Einzelbereiche zugreift. Wir machen das jetzt hier nochmal eben für den Footer rein. Gucken uns das nochmal eben an. Und hätten jetzt tatsächlich erstmal den grundlegenden Aufbau für unsere jQuery-Mobile-Seite. Wenn ihr euch das Ganze jetzt im Handy anschauen würdet, zum Beispiel, dann wäre das Ganze eben passgenau auf den Screen. Es sieht super aus. Wie gesagt, ich habe es bei mir auf dem iPhone schon getestet und auch auf dem iPad. Man kann damit wirklich klasse arbeiten. Und damit möchte ich jetzt den ersten Teil auch hier erstmal beenden. Das ist an dieser Stelle wirklich ein absoluter, ganz grober Einstieg. Ihr habt gesehen, wir haben hier nur an einem ganz, 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 ganz einfachen Beispiel gearbeitet. Wir haben tatsächlich nur einen Kopf, einen Inhalt und einen Footer. Und im dritten Teil, den ich dann danach anhänge, möchte ich euch jetzt zeigen, was sogenannte Einzelseiten oder Mehrseiten sind. Also beziehungsweise Mehrseiten-Templates oder Einzelseiten-Templates. Ich sehe jetzt gerade, ich habe euch schon wieder 25 Minuten die Ohren abgekautet. Deswegen bin ich der Meinung, es ist Zeit für ein drittes Video. Da kommen wir aber direkt zu. Ich hoffe, ihr hattet hier wieder ein bisschen Spaß. Lasst mich über die Kommentare wissen, ob ihr mit dem Krams hier was anfangen konntet. Ob euch was gefehlt hat, ob es scheiße war, ob es gut war. Wie gesagt, ich freue mich immer. Und natürlich sind auch Kritiken für mich immer gut, um mich zu verbessern. Weil schließlich wollt ihr ja, oder wollen wir alle was davon haben. Ich habe Bock, euch was zu erklären. Ihr sollt was dabei lernen. Und das kann natürlich nur funktionieren, wenn das Ganze gut gemacht ist von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im dritten Teil wieder. Bis dann, ciao.